Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Outer Towers Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe ihr habt einen schönen Start in die Woche und wir werden jetzt eine weitere Challenge aus den Kommentaren spielen. Der Robin586 hat nämlich vorgeschlagen, wir könnten vielleicht nur rollen dürfen, wenn wir was im Shop gekauft haben. Die Idee finde ich an sich gut, aber ich würde sogar so weit gehen, dass wir ohne Reroll spielen. Wir dürfen gar nicht re-rollen, dadurch ist der Clover Tower auch sofort aus dem Spiel. Allerdings haben wir dann keine anderen Restrictions, wir dürfen halt überall platzieren, wir dürfen alles kaufen, was wir im Shop angeboten kriegen. Nur halt nicht re-rollen. Und außerdem dürfen wir natürlich nicht den Start re-rollen. Was haben wir? Ein Rare Tower? Okay. Ich weiß leider nicht, was Stone of Refinement macht. Ich würde sagen, wir starten, das ist echt schwierig, mit dem Remove Token. So könnten wir auch Bären spielen. So könnten wir auch in Iron Tower spielen tatsächlich. So, wir dürfen das hier natürlich nicht benutzen. Deswegen beenden wir die Runde direkt. Das wird wahrscheinlich jetzt auch die erste Krone sein, ja. Ach ja, und natürlich, ich habe wieder nur drei Versuche, das ist klar. Der Obsidian Tower gefällt mir sehr gut. Wir spielen den Tief Tower und den Obsidian Tower. Ja gut, wir haben ein bisschen Move Token, also eigentlich müssen wir Iron Tower spielen. Wir beenden die Runde. Jetzt können wir mit Obsidian Tower und Guardian Tower sehr leicht skalieren, also... Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt auch echt zusehen, dass wir nicht einfach in der dritten Runde schon down sind, ne? Der einen Guardian Tower. Jetzt haben wir ja noch weniger Optionen im Shop, weniger Obsidian Tower. Okay, vielleicht ist das ein richtiges Missplay gewesen. Das ist ja eine Vollkatastrophe jetzt. Ja, ich muss jetzt eigentlich investieren, weil... Weil, ja, was soll ich sonst tun, also... Reicht das jetzt, um die Welle aufzuhalten? Probier's aus. Ansonsten war das jetzt ein sehr, sehr schneller Try. Das habe ich ja komplett unterschätzt. Aber ja, das sollten wir jetzt aufhalten. Okay. So. Den können wir kaufen, den können wir kaufen. Ich hätte ja eigentlich nur noch Guardians am liebsten, ne? Ich poker mal. Die Frage ist, was wollen wir als Rare Tower? Ich würde gerne einen Rare Tower nach dem ersten Boss nehmen, wenn wir überhaupt den ersten Boss erleben werden in dem Run. Welcher Rare Tower wäre denn überhaupt eine gute Mission bei diesem Setup? Jetzt können wir hier die beiden Glass Tower nehmen. Dass wir auch keine Guardian Tower angeboten kriegen. Das ist doch so Rickt schon wieder, ne? Oh mein Gott, ey. Boah, das war's. Okay. Oder? Das war der erste Versuch. Am Ende wird das in 10 Minuten Video. Wir gehen da direkt wieder rein haben. Ach ja, schon, wir haben zwei Optionen. Aber wir haben alle Optionen. Ich würde sogar sagen, wir gehen jetzt diesmal auf alle Tower sind Uncoming. Denn wir haben ja im letzten Video gesehen, wie wichtig an Kamen Tower sind. Jetzt hätten wir einen Bären. Dice Tower, komplett useless on the real world. Das wäre wirklich die schlimmste Option. Wir nehmen auf jeden Fall den Chest Tower. Und ich würde sagen, ein Snack Tower. Dahin? Ja. Der Snack Tower wird uns die ersten Runden auf jeden Fall sehr einfach machen. Die machen alle null Damage. Die machen gar keinen Schaden jetzt. Ja, das mit dem Obsidian Tower, das war ein absoluter Fehlkauf, sag ich mal. Das hier ist leider auch Müll. Diene. Nein, wir haben ja den Luxus, dass wir jetzt den Snack Tower haben, der uns die ersten vier Wellen quasi gratis gibt. Wir warten lieber auf was Besseres. Aber richtig Gold sparen macht auch keinen Sinn. Wenn wir eigentlich rollen dürfen. Das ist alles Müll. Gehen wir jetzt auf Biene und eine Katze. Äh, Milch und eine Katze. Nein. Das ist nicht das, wo ich mich sehe, tatsächlich. Aber ich muss bald was kaufen. Okay, Guardian Tower, definitiv. Liebes Tower, ebenfalls. Nein, 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 nein. Wir machen erst mal weiter. So ein Drachenei wäre jetzt cool oder ein zweiter Guardian Tower, nehme ich auch. Ich dachte wirklich, das wird jetzt endlich mal eine Challenge, die ich gewinne. Weil bisher habe ich außer die allererste Challenge noch gar keine Challenge gewonnen. Es ist nur noch peinlich. Und ich dachte ja, okay, das hört sich wirklich easy an. Hier kann ich mal wenigstens wieder einen Sieg reinholen. Hier abwarten wir den World Tower. Gold brauchen wir gar nicht. Okay, jetzt haben wir Random New Witch. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Ja. Den dritten Guardian Tower. Der Guardian Tower, der ist eigentlich auch nur gut am Anfang. Aber am Ende machen diese ein, zwei Damage mehr. Nicht mehr den Raten fett. Die Last Tower ist auch schon viel zu spät. Hätten wir auch schon viel früher anfangen müssen damit. Jetzt haben wir zumindest Tränke. Und der Froschrang könnte hier zumindest weiterhüpfen. Gucken, was wir jetzt noch im Shop kriegen. So. Welcher Tower soll mehr Leben bekommen? Wir hatten nämlich Regeneration. Und Regeneration funktioniert so, dass am Anfang jeder Runde oder am Ende bekommt der Tower max life in Höhe der Regeneration. Und die Regeneration geht ein runter. Also wenn er jetzt 9 Regeneration hätte, würde er plus 9 max life kriegen und dann nur noch 8 haben. Und dann steckt das nochmal weiter runter. Aber wollen wir einen Tower überhaupt zu Leben geben? Ja, bevor gar kein Tower Leben hat. Macht ihn ja am meisten Damage gerade. Ich glaube, durch den Tief-Buff die Chest. Hier nehmen wir auf jeden Fall nochmal die beiden Guardian Tower mit. Wir könnten jetzt auch einen Mosquito Tower bauen. Wo wollen wir das? Ich setze mal. Jetzt könnten wir auch Frosch und Prinzess spielen. Frosch und Prinzess wäre es vielleicht. Oh mein Gott. Oder gehen wir jetzt auf Drache? Wollen wir auf Drache gehen? Weil wir haben gar keine Goldprobleme. Wir gehen nochmal Regeneration. Jetzt ist es nämlich Regeneration auf 3. Den Rest brauchen wir halt nicht, ne? Wir gehen rein. Runde 8. Noch sieht das gut aus. Okay. Die kommen jetzt aber schon weiter durch. Und kommen wir überhaupt auf die 100 Damage, ist die Frage. So, ich kaufe jetzt... Ist das Temporär, ne? Ja, Temporär bringt es uns halt auch nicht weiter. Oder wollen wir jetzt mal zu Sicherheit Temporär irgendwie die Mosquito Tower passen oder so? Ne. Jetzt wenn wir eine Krone verlieren, ist das nicht so schlimm. Wir haben noch drei Kronen. Dann nehmen wir lieber das Gold mit. Dass wir auch dann den Rare Shop nicht rerun können, ist das so bitter. So, Slime Tower. Interessant. Slime Tower ist tatsächlich interessant. Den würde ich sogar nehmen. Dann verzichten wir auf den Mosquito. Temporary Buff. Ja, dann gebe ich auch dem Mosquito den Temporary Buff. Damit der Slime Tower den bekommt. Jetzt noch ein Bären oder so. Wenn wir überhaupt noch so weit kommen. Schade, das war der zweite Versuch. Aber der sah schon mal nicht ganz so kacke aus wie der erste Versuch. Wir versuchen es direkt nochmal. Snake Tower wird im Shop hinzugefügt. Ja, bitte. Das heißt, wir können jetzt hier wieder mit Snake... Bär Tower? Nein, wir müssen die Chests nehmen, definitiv. Hätten wir auch Bär Tower spielen können. Aber Snake Tower ist halt gerade im Early-Game sehr, sehr nützlich. Also, jetzt haben wir einen Flower Tower. Flower Tower wäre vielleicht eine Idee. Wir brauchen jetzt noch eine Biene und eine Schmiede oder zwei Bienen. Wir brauchen jetzt noch einen Bären. Am besten noch einen Bären. Das wäre noch cooler. So, wir können jetzt hier noch den Guardian of 2 bringen und den Tief Tower bauen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Biene hätten wir. Biene, Schmiede, Prinzesse. Das ist glaube ich eine gute Idee. Beziehungsweise, Biene, Schmiede, Bär. Ich glaube, Biene, Schmiede, Bär ist besser. Gut, wir beenden die Runde. Ja, die haben was für Kriegen, ne? Wenn jetzt kein Bär mehr kommt, dann ist es halt so. Ah, Guardian Tower, ja. Tief Tower nehme ich auch mal mit. Das ist halt auch ein ziemlich schnelles Gameplay, wenn man nicht rollt, ne? Somit ist das Video nicht ganz so lang. Auch eigentlich kein Gold, deswegen nehmen wir das Royal Tower Upgrade. Wir hätten auch die Rarität erhöhen können. Das wäre auch ganz nützlich gewesen. Okay. Die Frage ist, was für ein Relikt wollen wir jetzt haben. Das würde jetzt nützlich sein. Die Goldene Gänze ist immer nützlich. Oh man, die kommen schon wieder weit durch. Ah. Noch kein Problem. Chess Tower. Aber sind hier schon wieder Runde 7, ne? Und wir haben noch nichts wirklich nützliches gekriegt. Ich würde sagen, die Chess nehmen wir mit, weil wir halt irgendwas kaufen sollten. Auch wenn das sich vielleicht nicht mehr ausbezahlt, die Chess da rein zu investieren. So, zumindest haben wir jetzt mehr Bean. Und den Tief Tower auf 2. Da gibt er nämlich auch 10 Damage an den hier. Oh, das ist viel zu wenig. Die Zahlen sind viel zu low für den Endboss. Also für den Boss des ersten Aktes. Und ich war so konfident, dass wir, dass ich diese Challenge endlich gewinne. Verdammt. Nein. Ich brauche nichts davon. Das ist so bad. Die Schmiede kam nicht. Der Honig kam nicht. Der Bär kam nicht mehr. Wie wollen wir das jetzt machen? Jetzt kommt schon der Boss. Jetzt haben wir den Bären. Aber zu spät. Und keine Honig. Keine Schmiede. Ich kann da gar nicht hingucken. Das war's, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch weitere Challenge-Ideen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe keinen Bock mehr. Auch wenn ich jetzt die Challenge verloren habe, weil ich halt nur drei Versuche habe, werde ich jetzt trotzdem nicht aufhören, bevor ich einen Sieg habe. Das kann ja wohl nicht angehen. Was haben wir angeboten? Glass Tower. Nein. Milification Token. Kein Fall. Remove Token. Okay. Von mir aus. So, wir starten mit einer Chest. Ah, wir haben ja einen Remove Token. Das heißt, wir können auch mit Iron Towern spielen. Okay. Wollen wir wieder auf Biene Blume gehen. Das hat ja vorhin sehr gut geklappt. Nein, machen wir nicht. Wir werden die Runde beenden. Mal gucken, was wir im nächsten Job haben. Ah, okay. Das heißt aber auch, dass wir jetzt eine Krone verloren haben. Das startet ja schon wieder sehr gut. Wir haben jetzt eine Divis Tower. Wichtig. Und wir haben ja einen Guardian Tower. Ah. Was gibt die Tower? Nee. Ich hätte jetzt gerne so ein Bärenbild, wenn wir jetzt schon einen Remove Token genommen haben. Bären sind schon sehr strong. Aber ohne Reborn sind wir noch glückabhängiger als sonst. Okay. Wir haben den zweiten Iron Tower. Diene. Glass Tower. Glass Tower könnte auch Vic werden, wenn wir nachher einen Bär haben und der schon ein bisschen Damage bekommen hat. Ich muss nur aufpassen beim Bär Tower, dass er auf Level 1 nur den allerersten Removed bekommt. Es ist so oft, dass ich beim Bär setze, denke, okay, kann ich jetzt Vollfield entfernen? Und dann checke ich, okay, er war nur Level 1, vielleicht ist nur der erste. Der erste Turm zählt. Okay. Okay. Let's go. Nice. Ich bringe auf jeden Fall den einen Tor auf Level 3 vor, ja? Jetzt haben wir auch eine Schmiede. Schmiede würde mir auch gefallen, tatsächlich. Das ist ein bisschen verschwendet, ne? Ich nehme die mal mit. Lieber haben als brauchen. Die nehmen wir auch mit. So. Guardian Tower auf. Ne, wir machen das mal weiter. Wir hätten die Schmiede benutzen können. Wäre vielleicht schlau gewesen. Aber gut, machen wir in der nächsten Runde. Okay, die wählen halt mal noch gerade so auf. Rarity Upgrade. Ne, nehmen wir diesmal. Wollen wir mal ausprobieren. Zweiter Schmiede. Nehmen wir auf jeden Fall. Dann machen wir ja noch ein bisschen Leben drauf. Wir brauchen nur noch einen Iron Tower, dann können wir den schon mal abreißen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Slime Tower für den Bild jetzt. Hätten wir auch viel Move Token nehmen können wir mit dem Level up, ne? Aber noch haben wir zwei. Und wir verlieren jetzt auch Kronen. Oder? Ja, genau aufgegangen, der Damage. Sehr, sehr schade. Jetzt müssen wir was machen. Hoffentlich gibt... Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, okay, okay. Pass auf, pass auf. Wir haben 15 Gold. Bildertower? Nein. Wir setzen hier eine Schmiede drauf. Schmieden das Ding. Machen das da drauf und zerstören ihn. Okay, jetzt hat er schon mal 100 Leben. Sehr wichtig. Wir werden die Runde. Okay, okay. Also beim nächsten Level Upgrade muss ich dran denken, die Move Token zu nehmen. Diesmal verkacke ich es nicht. Diesmal denke ich da wirklich dran. Aber ein Slime Tower wird trotzdem nice. Noch eine Schmiede. Na gut. Wenn die was kriegen können, ne? Dann schmieden wir jetzt mal da noch was drauf. Und wir hätten die Runde. Ich denke mal, jetzt sollten wir auch bis zum ersten Boss gar keine Probleme mit den Bällen haben. Allein schon, weil der Bär halt 100 Leben hat. Mehr als 100 Leben. Wasch Tower bricht nicht wirklich was, ne? Aber wir könnten die Tine nochmal zu zweit draufsetzen. auch wenn wir ihn gleich abreißen werden. Hätten wir ihn vielleicht noch vorher schmieden können? Ne, ich glaube, der war eh schon über 10-10. Sooo. Snake Tower gefällt mir eigentlich auch. Das war gar nicht in den Bild rein gerade. Aber Snake Tower? Schwierig. Schwierig. Wir setzen ihn erstmal. Dann machen wir hier nochmal einen auf 10-10 und wir zerstören mal den Tower, dass der hier 36 Damage bekommt am Ende. Und wir gehen in den ersten Bosskampf rein. Ja, okay. Sehr gut. Gold, ganz mehr Gold. Common Tower sind ein Gold cheaper. Plus ein Common Tower ist added to the Tower Store. Okay. Okay. Gold finde ich nicht ganz so wichtig, weil wir halt nicht reloaden können. Aber so haben wir eine Option mehr im Shop zumindest. Hydra. Aber auf jeden Fall den Slime Tower, definitiv. Den setzen wir auch zweimal, ne? Auf jeden Fall. Dann schmieden wir hier noch einen rauf. Und dann aber damit der Slime Tower zweimal den Bären bufft, muss der Bär auf Level 2 werden, auf jeden Fall. Ansonsten macht das keinen Sinn. Schmiede. 5 Gold. Was haben wir jetzt hier rauf? Boah. Was hat denn am meisten Werte? So ein Leder-Tower für 2. Kann man sogar upgraden. Kosten ja jetzt nur noch 2. Okay. Da ist der nächste Bär. Äh. Bisschen sehr teuer, um den Reiz zu füttern, ne? Aber hier so 4 Damage beziehungsweise. So. Ja, das sieht gut aus. Auch wenn es für die Challenge nicht zählt, hier habe ich trotzdem verloren. Was habe ich wenigstens mal einen Sieg nach Hause geholt? Remove Token. Zieh den Tor. Nein. So, wir buffen mal den nach vorne. Remove Token war super unnötig. Weil der nur einmal triggern kann. Das war ja mal super bad schon wieder. So schlecht in diesem Spiel, ne? So, wir beenden. Ich habe auch nicht die Forge benutzt, glaube ich. Profi-Gamer am Start. Aber ich denke ja, an diesem Zeitpunkt kann ich auch nicht mehr viel falsch machen. Sollte eigentlich jetzt ein Sieg werden. Okay, Drachen ein. Nein. Ne, ne. Q auch nicht. Aber wir können hier für zwei einen reinfüttern. Einfach noch einen weiteren Tower kaufen, auch wenn der Bär nur einen Bonus kriegt. Aber ich weiß ja nicht, welcher Bonus der erst kommt. Deswegen machen wir das mal nicht. Ich ärgere mich so, dass ich gerade die Vermovel-Token genommen habe. Wir haben zwei Slime-Tower, man. Wie brauche ich denn diese Token? Obwohl ja gar den Tower schon sehr unnötig war da vorne, ne? Der hat uns ja gar nicht geholfen. Trost-Tower. Kriegen wir jetzt auch diesen Rare-Upgrade, wenn wir den jetzt platzieren und der sofort aufgefressen wird? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ob der Effekt trotzdem zählt, auch wenn der nur ein paar Sekunden gelebt hat, der Turm. Ja, perfekt. Weiteren Slime-Tower? Die Frage ist, warum? Wir hätten damit den Forge-Tower auffressen, aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Ähm, den T-Tower da vorne. Ist auch schon zu spät. Komm, wir wollen das nicht länger in die Länge zu nehmen. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, dann nehmen wir den nochmal zum günstigen Guardian-Tower, der gefressen wird. Und ich möchte mal einfach jetzt wissen, welcher Turm zuerst genommen wird. Okay, die werden von rechts an links gefressen. Jetzt habe ich halt diesen einen Upgrade da verschenkt, aber ich wollte es nur mal wissen. So. Wasch-Tower. Den nehmen wir hier irgendwie so einen günstigen. Vollkommen egal, welchen. Klar, dass wir nicht den zweiten Bären gekriegt haben für Level 2 könnten wir jedes Mal zwei in den Slime-Tower reinfüttern. Das ärgert mich ein bisschen. Aber der Bär macht das auch so. Jetzt haben wir zumindest schon mal das Schmiede-Level 3 ist auch dick eigentlich, ne? Mal gucken, was wir jetzt noch im letzten Shop kriegen. Das Pferdchen. Ja, der macht vom Endboss fast alleine. Der braucht fünf Hits vom Endboss und macht über 100 Schaden. Also haben wir jetzt schon gewonnen. Ganz ohne Probleme. Noch ne Spiele. Okay. So, ich habe endlich den Bär-Level 4. Letzter Shop, ne? Letzter Shop. Der ist den, der ist den. Gut. Aber jetzt können wir nicht mehr removen. Egal. So, jetzt können wir noch das Verfahren hier noch einsetzen von mir aus. Das machen wir auch noch da rein. Das machen wir da drauf und dann wählen wir die Runde. So, 300 Leben, 180 Damage. Perfekt. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bye. Musik auf Medina